Arme, Arme, Arme und komm ehrlich zu. Ja guck mal, was hier aus Stühlen rumsteht. Oh mein Gott. Jetzt haben wir die richtige Map. Und Pauklötzer sind auch noch da. Ich bin raus. Ach Keksel. Boah, alles so gelb hier. Gelb? Bei mir ist das eher grün. Das ist grün. Nein, das sind Ratten hier. Ratten sind gelb. Ach so, bei mir sind sie grün. Wir sind so blau. Orange. Blau, blau, blau. Der End. Bei mir sind sie tot. Mensch, Keksel, jetzt hübsch da nicht so rumsackig drauf. Lass dich doch einfach mal vernünftig erschießen, Mann. Nimm es wie ne richtige Ratte. Das ist schon wie ne Maus oder so. Ja genau. Ja, spüle. Stell dich nicht an wie so ne Maus. Stell dich nicht an wie Bernhard und Bianca. Ach man. Selbst Pfeifel war mutiger als du. Also vor mir existieren und ich keinen einzigen treffen. Oh Mann. Und ich wollte dich schon abonnieren. Oder subscriben. Würdest du sowieso nicht. Nö. Also. 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 Subscribe keinem. Bruder Mann. Richtige Einstellung. So geil so. Nö. Mir schenkt auch keiner wat. Woa. Ach Tüte. Geht doch alle mal auf. Wo seid ihr denn? Ja, Keksel. Hast du nen Aimbot an oder wat? Was? Na man. Keksel, hast du nen Aimbot an oder wat? Was? Na man. Keksel, hast du nen Aimbot an oder wat? Du kannst mich gar nicht gesehen haben. Der hat nur, der hat nur lasergesteuerte, laserstrahlen. Ach so, lasergesteuerte, laserstrahlen. Mit Zielsuche. Oh, in dritten Sinn. Zielsuche. Ja, das ist recht für Aimbot. Ich hab meinen Marshmallow Laser drin gemacht. Ah. Er hätte nen Unicorn Bot an. Das ist das neue DLC, wo es gibt, ne? Ja. Diese Marshmallow. Äh. Ja. Ja. Wieso? Wie? Warum? Ach, Pit. Die sind beide aufgeschießen, ja. Gegenseitig stehen sie nebeneinander. Müsst'n nur rübergucken. Nein. Ich hab einfach nur in die Menge geschossen. Elli wollte sich nur rächen. Äh, Elli hab mich... Der verfickte Tisch... Der verfickte Tisch... Ja. Wärst du mal lieber zum Stuhl gelaufen. Wärst du nicht am Tisch hängen geblieben. Nee, den krieg nur ich wieder an den Kopf. Oh. Er steht da aufm Stuhl. Steht denn da aufm Stuhl? Steht denn da aufm... Da stehticherung und leursIE Ich weiß, wie ich heiße, Leute. Wir wollen nur sicher gehen. Ob du es auch nicht vergessen hast. Da wird ein Schnitzel geklopft. Das ist Quatsch, was du sagst. Ja, ja, ein Schnitzel geklopft. Und schon haben wir den nächsten Sommerhebs. Marc, jetzt bin ich ein anders Opfer. Zucht dir ein anderes Opfer. Zucht dir ein anderes Opfer. Nimm Elli. Hallo. Ja, nimm Elli hoch. Komm, wir machen ein Album da draus. Die besten Schnitzel-Songs. Oh, da kam Schnitzel, ja. Die Schnitzel steht ja drauf, wenn er durch die Panade gezogen wird. Oh, du bist voll ganz schön fies, ey. Ja, und dann, wenn er fertig in das Fett eingelegt wird, dann fängt er an der Hände zu schmelzen. Zu brutzeln und braun zu werden. Da wird er aber salty, wenn er zu schwarz wird. Ne, ne, da wird er eher kohlig. Mann, ich treffe ihn, Max. Mensch, jetzt zieht doch mal jemand anders ab. Ich hab ihn doch schon erschossen. Ja, aber das Schlimme ist, der kommt ja wieder. Ja. Obwohl, ich hab beim letzten Mal Schnitzel-Song. Dann hab ich noch mal was Tolles ausprobiert und das war auch sehr gut. Warte, da hat der Schnitzel was ausprobiert und es war auch sehr gut, was? Nein, ich hab beim letzten Mal Schnitzel-Machen mal was ausprobiert mit der Panade. Kann ich nur empfehlen, geröstete Zwiebel, Krei einbröseln und mit in die Panade rein. Also ist der Schnitzel 20 Jahre jünger, wenn er in der Panade ist? Nein, 30. Boah, der kackt sich wirklich noch in die Windel. 30 Jahre jünger? Nein, so lange hat es bei mir nicht gedauert, Pitto. Ich war schon früher trocken. Ich war schon 15, war aber schon trocken. Ich hing mit drei schon nicht mehr an der Flasche, du, da war ich schon trocken. Da hab ich schon mit dir Flasche für mich entdeckt. Ja, ich hatte mich weiterentwickelt. Ich hab den Nuckel weggelassen. Man. Der Mensch ist ja, wie hat die denn nur mal gesagt? Ach, das ist doch, such doch mal jemand anderen. Der Mensch ist, wenn er auf die Welt kommt, ist er einfach nur doof. Er kann ja nichts. Was kann er? Er kann schlafen, kann er, saufen kann er. Später lernt er dann dazu, durchschlafen, durchsaufen. Du hast das Kacken vergessen. Ja, das Kacken, das... Ja, na, ach. Ja, in die Windeln machen kannst du, ohne dass du irgendwas können musst. Ja, gut. Machst du automatisch so, Windel, frisch, windelvoll. Gut, wenn du jetzt dann noch dazu rechnest, dass vorher die Hose runterziehen, dann natürlich dazulernen ist, dann ja. Aber ich hab letztes Tag auch wieder so ein... Weiß man das nicht. Bin ich mir nicht. Ach, Marc. So einen schönen Spruch gelesen. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Ist totaler Schwachsinn. Das Glück der Erde liegt auf dem Wickeltisch, schreit und schkackt. Oh, Mann. Was für eine Map. Ist nicht mein Spiel. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.